So Leute jetzt geht es los jetzt machen wir wieder dieses Dorf hier komplett kaputt Komplett vernichtung Leute ok? Ja erstmal Wutzauber mal hier und dann Ja und dann Natürlich Ist das so das Dings da nervt Ja dann nochmal Tag Ja das wird schon gut 1, 2, 3, 4, 5, 6 Und dann ab hier mal ein Dings hier werfen Das ist 2 Ball Ja wir müssen halt schlau arbeiten wir müssen halt jetzt müssen wir einfach hier lassen Hier wird jetzt automatisch glaube ich geklärt Und jetzt hier Beispiel Tag 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 Müssen wir alles vernichten Tag Und wir brauchen einfach Tag Wir müssen halt schlau sein Leute Ja wir müssen halt schlau sein Tag Und dann ist Tag 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 Ja Leute Das müssen halt schlau machen Wenn wir nicht schlau machen dann hat wir verlieren wir diese Kampf Ja Leute Wie ihr seht dieses Dorf ist zu stark Dieses Dorf hat was drauf Mit Engel 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 Das ist starkes Dorf Natürlich müssen wir halt kämpfen Sonst können wir auch nicht gewinnen Sonst können wir auch nicht gewinnen Das wird ein bisschen knapp Das wird ein bisschen knapp aber wir schaffen das schon Warum denn nicht Warum würden wir das nicht schaffen mein Tier Wir würden das schon schaffen Tempo Tempo doch mal los Leute Wir würden das schon schaffen Ja Leute ihr müsst genau so wie ich machen dann werdet ihr das auch schaffen ja Also So schwer war das auch nicht jetzt Gibt genau das Tempo wie ich Macht genauso wie ich Ok Leute das wars dann Ciao Leute Daumen hoch geben und abonnieren nicht vergessen Ciao haut rein